Also wenn wir Melonensamen hier finden, sagen wir so das richtig epische Gronkh Melonensamen Das kennt wahrscheinlich keiner mehr Aber ja, Gronkh hat mal Melonensamen gesucht, Kenneth Oh Gott Melonensamen Wirklich? Ja Melonensamen Also Grüße Sie Hallo Genau Intensive und so mal wieder mit dem Penner Oh yes Oh nein, das geht Oh Gott, wir dürfen auf keinen Fall irgendwann auf die Idee kommen zu schlafen Penis 1.0, Penis 2.0, Penis 3.0 Okay, wie machen wir das jetzt? Können wir Bin gespannt, ob wegen dem Penner jemand nachjoint Oh, ins Gellet mit fetter Diamant, äh mit Skoldrüstung Aua, 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 aua Äh Hier doch einfach hier Oh mein Gott, schon wieder! Ich strippe nämlich jetzt einfach noch den Gang zurück in der Hoffnung Oh mein Gott, schon wieder! Was hast du gut erkannt? Oho, drei Skelette, drei Skelette, äh Ja, ich versuche halt so viele Peile wie möglich gar zu fahren, wenn du hast du Ja, ist schon klar Ja, ist schon klar Ja, ich würde sagen, beim 10-Gemann ist das netter Du, wir müssen uns erstmal nach oben bauen Ich würde sagen, wir gehen uns jetzt zum Spinn-Spawner Und fangen einfach schon mal an Ja, da stehen unsere Sachen herst Ja, eh Du gehst einfach deinen Gang zurück, oder wie auch immer du da jetzt hingekommst Ja, weil ich ja weiß, wo der ist! Den hast du gerade gegraben Ja, nein, das ist in der Höhle und keine Ahnung Oh, da ist nochmal Kohle und nötz da Warum sind die Spinner? Ich habe alles weit unten Das weiß ich nicht, das ist eigentlich nicht normal, das sind ja eigentlich normal verteilt Ich war im Stadion, da waren die ganzen Spinner, die ich da hatte, oben Man könnte echt meinen, dass ich X-Trail habe, weil ich meine, sieht man Spinner für die X-Trail? Das ist gut, man könnte meinen, aber ich weiß gar nicht, was man überhaupt alles sieht Ja, man sieht sie Ja, eh nicht, aber das sieht man Ja, man sieht Spinner und man sieht auch Mossy's da Okay, ja, na gut, keine Ahnung Ja gut, aber Spinner sind jetzt nicht so, wenn du Höhlen entlang rennst, sind Spinner jetzt nicht unbedingt schwer zu finden Ich meine, die fallen ein bisschen auf Ja, ich warte jetzt noch einmal ein Skelett ab und dann komme ich Ich habe jetzt schon 17 Pfeile und einen guten Boden Ja Optimal Ich werde dann bald eine Stärke-3-Wogen machen Warte mal, wäre vielleicht toll, wenn du mal ganz kurz Flaps starten würdest, damit die Leute sehen, dass du kein Nix für Internet hast Wir wären nämlich sonst echt Ja, sonst echt geschissen Ja, gerne Ja, weil man muss wissen, halt Hello from the outside Ah, ich darf doch mal die Flaps resistent auf einmal vorne noch mal durchrehen Dann muss man halt hier so ewig riesig werden Oh, oh 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 oh, oh 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 Oh! Man muss halt wissen, wir scherzen mit dem Thema immer ganz gerne, weil wir halt die lustigsten X-Ray-Fanitionen hatten auf Members of Day. Ja. Und ja. Das ist nicht X-Ray, das ist gefährlich. Ja, das ist langweilig eigentlich nur. Wo bist du eigentlich? Ich bin doch immer im Stripper-Mann-Hingang von vorher. Okay. Bist du schon am Spins, Warner? Nein, noch nicht. Nein, mal. Wow! Irgendwann ist der Lava. Du weckerst schon wieder fast. Ey, bist du zufällig in der Höhle, wo ich am Anfang drin war, wo so viel Gold ist, dass ich nicht abbauen konnte, weil ich eine Eisenspitze hatte? Was kann doch das sein, ne? Na gut, aber wir haben so viel Gold herst, das ist... Ja, Gott sei Dank, wir brauchen eh wohl viele Golder für. Wir brauchen noch was für Glistering-Mannets, denkt dran. Oh mein Gott, wir haben schon wieder da. Mehr Gold! Ah, okay, da war ich schon. Alles klar. Und zwar, eine sieht fast aus wie eine 8er-Ader. Ja. Er ist eine 6er-Ader. Hä? Bist du? Du bist ja eine Fackel. Daher gekommen? Ja, wahrscheinlich bist du wirklich in meiner Höhle, wo ich am Anfang drin war. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist sehr viel Lava am Boden, oder? So. Dies ist zwei Skelette tätig jetzt noch. Stirb eins, stirb zwei. Warte mal, wieso ist er mir, das Skelette, wo du nicht aufgefallen? Ja, das wage ich mich auch. Und ich hab einen normalen Bogen auch. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich baue jetzt ab, okay? Ja, mach das mal. Na, komm, da haben wir da sowieso nochmal, glaube ich. So. Okay, jetzt musst du mir nur mal sagen, wo du bist. Ja, ich bin jetzt da bei den Gang. Äh, ich bin bei... Moment. 1377. Und... Minus 374. Äh, soll ich das Eisen schon mal schmelzen, oder so? Oder ich baue einfach die Sachen ab. Ich baue die Sachen lieber ab. Spins bauen auch abbauen. Warte mal, hast du die Seite hast du aber schon mitgenommen, oder? Äh, ich habe 20 Seiten. Sehr gut. Ja, weil die brauchen wir ja für Bögen auch. Ja, eben. Ist doch schon gut, dass wir schon Bogen selber haben, oder? Ja, wir brauchen mehr Bögen. Wir brauchen ein paar Bögen. So schaut's aus, Burschi. Äh, den Enchantment Table hast... Den Enchantment Table hast du, gell? Nein. Äh, doch. Ah. Super. Äh, ja, ich warte bei Rates beim Spawner auf dich. Äh, ja, ich... Ich finde den nicht. Höhe 17. Äh... Ich sneak ja nicht mal. Dann mal die Teamkiste tun wir jetzt erst mal abbauen. Welche Höhe bist du? 17. Du? Das sind urviele Öfen. Wo? Öfen? Urviele Öfen. Wo? Für mich? Für mich. Ich kipp mir deine Korte, ich komm da mal hin. Ich glaub da ist wirklich jemand. Ja, das hat ja. 1-3-3-0-1-0-1-0. 1-3-0. Und minus 428. Minus 428... Also die Richtung ja. Das... Das waren andere. Äh, 1040... 440 wo bist du das 400 nein ich glaube hier waren diamanten ich habe was ist z ist 379 ich brauche eine neue Spitzsacke die Frage ist halt von wem aber ansonsten schau dass du die Öfen leerst und jetzt einfach ab nach oben kann ich die Öfen leeren? ja die Öfen sind und er ist wieder nicht im Privateigentum ah cool schau ich mal rein da ist aber nie irgendwo was drin super da waren es halt fix andere aber das ist ja auch wurscht ja eh wir werden sicher den Ausspeis und müssen uns nicht in die Richtung fahren weil wir waren ja wir waren ja mehr oder weniger aktuell wir sind ja nirgends ohne sie dran das ist lustig weil sie halt nicht also ich glaube ich jetzt einfach mal nach oben ja ich bin auch ganz dabei aber hast du alles mitgenommen in den Öfen und so? ja ich hab die Öfen sogar abgebaut und einfach die Drops eingesammelt ja gut ich bin halt intelligent äh oh gott ich bin im River Biom jeder wette ich werde ertrinken wenn ich hochkomme da ist ein Minenschacht wir bleiben hier ernsthaft? ja ich hör dich sogar äh wo bist du? hier oben hier ist ne Schlucht und hier ist ein Minenschacht ey sag nicht wir sind in der gleichen Mini wie Markus und Nancy wo bist du denn? äh ich hab meine Koordinaten nicht mehr offen warte mal äh 3.000 ne 1.325 und minus 400 höhe 27 und da ist ein Minenschacht ok und da ist Lava oh mein Gott wo bist du jetzt? ja der Berg ist gestorben weil hier so keine Ahnung da oben hallo wo bist du? ja oh hi grüß dich ah Minenschacht ne ich hoffe halt jetzt nur nicht dass das die gleiche Mine ist wie wo die beiden anderen drin waren aber ich befürcht's fast ansonsten äh warte mal gehen wir jetzt zum Nether? nee warte bringen wir uns einfach runter ah wischte ja ja perfekt ja gut ähm also entweder wir suchen jetzt Melonsamen was wir theoretisch machen könnten ähm Vorsicht jump and run oh oh B ist runtergefallen ja super das war so jump and run ja also eigentlich nur gezielt über Ecken laufen ich hab ne Kiste ich hab ne Kiste ah leider nur ein Sattel schade ich wollte gar nicht sagen Melonsamen also wenn wir Melonsamen hier finden sagen wir so das richtig epische Gronkh Melonensamen das kennt wahrscheinlich keine mehr aber ja Gronkh hat mal Melonsamen gesucht kenners stell euch das mal vor ah da oben gehts weiter Alter das Ding ist ja riesig das Teil ja natürlich super also wir werden äh hier nie wieder rausfinden aber sowieso nicht wenn in den nächsten Folgen der anderen falls die hier noch da sind falls die überhaupt hier drin sind und nicht in einer anderen Mine und sie dann unsere Fackeln sehen wissen wir wir sind in der gleichen Mine ja äh wo bist du? bist du hoch gegangen bei der einen Trepper da? also bei dem einen senkrechten Schacht? hab nö ich bin ja ich wieder da wo ich vorher war oh Gott ich hab grad redstone gesetzt fertig oh Gott miałonsamen wirklich? ja M------... meloonenAAA----- die alter! wie geil, check! xideup Ab in den Nether! Schnell! Ab in den Nether! Ab, ab und gehen! Das ist jetzt echt... Das ist jetzt live, man. Fahren wir uns einfach hoch und treffen uns oben. Ganz schnell. Da ist es für alles. Ich hab noch Eisen geholt und so. Wir gehen jetzt einfach rauf. Wer schneller oben ist. Ja. Wer ist schneller oben? Ey, wie geil ooo! Geil-o-matico. Ey, das ist... Ich feier das grad voll. Ich hab hier eigentlich... Ihr könnt's ja sagen, wir wollten am Freitag... Wollen wir das am Freitag noch durchziehen oder nicht mehr? Ähm... Wir sagen überhaupt nichts. Okay. Das sagen wir dann... Das besprechen wir dann nachher. Also ich werd... Ja, ich sag dir nachher dann meine Meinung jetzt dazu. Ähm... Alle vernichten. Natürlich. Aber erst Heiltränke brauen. Timmt. Und Enderperlen. Weil das Beste ist halt einfach Enderperle... Werfen... Dann Heiltran... Saufen... Ja, aber ich weiß nicht. Perle und so. Enderperlen sind einfach nur OP. Eh, eh. Teile Bögen auch. Wenn ich einen Bogen hab und den nochmal dreimal treffe, der vielleicht noch drei Herzen hat. Ja, nicht unbedingt. Lass mir den glauben, es regnet. Wie, es regnet. Nehmen wir noch eine auf? Ich glaub jetzt können wir noch eine aufnehmen. Es... Es... Es regnet draußen. Scheiß drauf, wir nehmen noch eine auf, oder? Dann hatte ich halt den Laptop durch... Ja, keine Ahnung. Mir egal. Ja, klar. Mir egal, Alter. Ja. Dann nehmen wir jetzt noch eine auf und plütteln den Laptop. Oh, Dallaaah. Go, 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 go! Wo bist du? Ich bin draußen! Ich tu nicht. Wieder frische Luft. Ja, musst du grad sagen. Oh, jetzt hast du spawnen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht einmal, wo... Ich weiß nicht einmal, wo... Hätte ich gesagt. Ist der 00? Ich bin auch draußen. Ist es Nacht? Nein. Regnet? Ja. Wo bist du? Oben auf so einem Berg? Ich bin auch auf einem Berg. Ich bin im Fichtenwald-Grenze zur normalen Wald. Halt doch die Fresse! Ich holt das eine Kiste! Von... LOL! Wir sind direkt beim Team Zerdet! Warte mal, ich mach einen Screechert und schick das in die Gruppe. Wir sind direkt bei Team Zerdet und da steht Zuckerrohn. Das nehm ich mir mit. Wo, 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 wo? Ähm... Ja, keine Ahnung. Renn einfach mal Richtung 00. Scheiß drauf, ob wir uns finden oder nicht. Okay. Finden wir uns halt nicht. Und gemeinsam... Die Teamkiste lassen wir übrigens in Ruhe. Aber ich hab ihr Zuckerrohr abgebaut. Das ist okay. Oh, da ist ein Border. Da ist auch noch urviel Zuckerrohr. Ich hab gedacht, da bist du. Neeee, aber nimm's mit. Nimm's mit. Wirklich? Ja. Davon sind noch mal urviele Schafe. Die nehm ich auch mal mit. Ähm... Ja, voll, das ist ja schon ein scharpenes Schwert, ne? Ja, ich geh... Ich würd lieber mal mit meinem scharpenes Steinschwert kämpfen. Gegen Tiere. So spontan. Das Ding ist halt... Und darf halt heute keine nachscheinen, weil es... Das Ding ist halt... Das Ding ist halt... Und darf halt heute keine nachscheinen, weil es... Das sind einfach drei Blöcke vom... Von Border entfernt. Ja, gut, aber jetzt komm mal... Ah, ich bin jetzt glaub ich bei dem... Bei dem See, wo wir drüber geschwommen sind. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Ah, ich bin bei dir. Ja, voll. Ja, dann lauf mal. Komm, kurz. Ja, in die Richtung müssen wir. Was? Ja? Wir sind... Ja, aber der Border ist doch da. Ja, wie? Da ist... Da ist doch nicht der Border, hallo? Dann ist ja der Border... Willst du mich verarschen? Da ist der Border! Bei dem... Hinter dem Berg ist der Border? Alter, wo ist deine hellig... Wo ist deine Sichtweite? Wieso läufst du gegen den Border? Wo ist hier ein Border? Ist mein Spiel kaputt? Da ist mein... Da ist der Border! Lol. Okay, gut. Das war ein Fail. Ich würd sagen direkt noch einer. Ja. Dann sind wir... Bis zum nächsten Mal. Ja. Aber zuerst muss ich das Bild posten. Ja. 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 Ja.